ja in diesem video geht es jetzt auch noch mal um bruchgleichung und ich habe ja in dem wissensvideo schon mal gezeigt dass es hier sechs schritte gibt die man einhalten muss um diese bruchgleichung sinnvoll aufzulösen und die ersten beiden schritte davon die sind jetzt hier in dieser übung zu machen in dem nächsten video deswegen guckst du unbedingt zum ende an und du kannst ja dann am ende dieses videos auch schon wieder auf nächstes video klicken da gibt es dann wirklich noch mal die kompletten rechnungen zu mehreren aufgaben mit allen sechs schritten aber jetzt hier erstmal nur die grundlagen die sind aber auch wichtig damit du am ende eine bruchgleichung wirklich komplett lösen kannst hier sollen jetzt erstmal die definitionsmengen und die hauptnenner angegeben werden die definitionsmenge das ist die menge aller zahlen die man sinnvoll für x einsetzen kann also d das macht man mal so mit so einem strich daneben ist gleich die menge aller zahlen r also die reellen zahlen alle zahlen die du dir sozusagen vorstellen kannst aber wir müssen ein paar zahlen ausnehmen die man nicht einsetzen darf damit eben der nenner nicht null wird denn wenn der nenner null wird das ist mathematisch eben nicht korrekt und streng verboten das darf man hier zum beispiel wenn man hier für x eine 3 einsetzt wird hier der nenner 0 deswegen muss die 3 ausgenommen werden außerdem darf man die 7 nicht einsetzen denn dann wird dieser nenner hier 0 und hier ist es auch die 7 wo der nenner 0 wird also bleibt es bei 3 und 7 jetzt brauchen wir noch den hauptnenner hiervon der hauptnenner setzt sich zusammen aus allen nennern die du hier so siehst aber die müssen nicht wiederholt werden wenn sie gleich sind oder ja oder wenn sie sozusagen schon den einen nenner in sich beinhalten wie das hier ist bei dem dritten nenner zum beispiel der dritte nenner der ist theoretisch schon in dem zweiten nenner enthalten deswegen braucht man ihn hier nicht noch mal doppelt aufführen der hauptnenner in diesem fall wäre der erste nenner das ist 3 minus x und den verknüpft man mit einem malzeichen mit dem zweiten nenner das ist x-7 hoch 2 theoretisch könnte man jetzt noch schreiben mal x-7 auch noch den dritten nenner damit zu verknüpfen aber das wäre hier doppelt und das würde nur die aufgabe unnötig aufblähen das heißt x-7 zum quadrat was davor steht reicht da völlig aus und deckt das mit ab denn das ziel ist es ja wenn man den hauptnenner gefunden hat so zu erweitern dass überall derselbe nenner steht und hier hinten ist ja schon x-7 das heißt wenn ich das dann am ende noch mit x-7 erweitere dann habe ich ja x-7 quadrat und dann passt das schon mal zu dem zweiten nenner multipliziert dann noch mit dem ersten nenner hat man dann den hauptnenner ich zeigte das aber auch in den nächsten videos noch mal exakt was das dann für das weitere rechnen dann bedeutet so das war jetzt aber erstmal die aufgabe a definitionsmenge und hauptnenner ich denke du erkennst auch die systematiken wenn ich das jetzt noch an den anderen beiden zeige so jetzt brauchen wir erstmal wieder die definitionsmenge d das ist wieder die menge der reellen zahlen aber ausgenommen ein paar wenige ja hier habe ich mehrere zahlen die ich nicht verwenden darf zum beispiel hier bei dem ersten bei der ersten klammer das sind ja das ist die minus 9 wenn ich die minus 9 da einsätze aufschreiben minus 9 dann wird die erste klammer 0 und wenn die erste klammer 0 wird dann wird da alles 0 weil das ist ja ein produkt aus zwei klammern somit wäre denn der ganze nenner 0 und das darf nicht sein wenn die zweite klammer 0 wird dann wird auch der ganze nenner 0 das darf auch nicht sein also müsste ich 14 plus 2 x müsste ich noch mal umstellen nach x was ist das in diesem fall minus 7 wenn ich dafür minus 7 einsätze für x dann hätte ich hier 14 plus 2 mal minus 7 also 14 minus 14 wäre auch 0 geht also auch nicht hier bei dem x ist einfach sozusagen die 0 anzugeben wenn ich es also für x 0 einsetzen wird der nenner 0 das darf auch nicht sein und hier vorne ist noch die 17 wenn ich die einsätze wird der nenner da hinten 0 also du siehst hier sind es etliche zahlen die man hier in der definitionsmenge noch ausnehmen muss der hauptnenner der ist hier auch etwas länger und hier verkettet man quasi alle einzelnen bestandteile aus den nennern wir haben einmal x plus 9 mal 14 plus 2 x dann hat man schon mal den ersten bruch abgedeckt dann eine verkettung eben mit mal mit dem nächsten nenner von dem nächsten bruch also mal x und dann noch mal x minus 17 das ist der hauptnenner wie gesagt was man mit dem macht zeige ich dir noch mal in den nächsten videos der ist auf jeden fall ganz wichtig um die aufgabe richtig zu rechnen und jetzt kommt noch c erst einmal bei c muss man jetzt wieder die x werte finden die man nicht einsetzen darf da hat man jetzt hier wieder zwei brüche zwei nenner bei dem ersten nenner empfehle ich den erst mal umzuschreiben weil ja erst mal in einem binom umzuformen sonst wird das hier schwierig das festzulegen also hat man jetzt hier 16x quadrat minus 24x plus 9 16x quadrat daraus die wurzel das wären 4x und das ist eine zweite binomische formel weil danach ein minus kommt und kein plus und am ende hat man noch die neuen die wurzel aus 9 ist 3 muss noch die probe machen das ganze natürlich zum quadrat es muss noch die probe machen ob das auch wirklich passt ob das wirklich a und b ist hier in der mitte steht ja minus 24x darauf müsste man oder 24x müsste man jetzt kommen 4x mal 3 das sind 12x mal die 2 also theoretisch das ding hier das ist hier mein 2ab ich habe jetzt als a das 4x und als b das 33 also 2 x 4x sind 8x mal 3 sind 24x passt also wunderbar das heißt hier konnte man umformen das binom dann muss ich das hier noch umtragen das sind 7 2x minus 45 ja welche x darf ich jetzt nicht einsetzen definitionsmenge nicht nicht p sondern d d die definitionsmenge ist gleich r die reellen zahlen ohne hier darf ich nicht einsetzen 4x minus 3 gedanklich einmal umgestellt die drei auf die andere seite ne müssen wir schriftlich machen geht im kopf nicht so gut 4x minus 3 da sollen wir also sozusagen die null stelle von finden also bringen wir das eine auf die andere seite 4x ist gleich 0 äh ne quatsch haben wir ja minus 3 so machen wir den rechenauftrag plus 3 damit das verschwindet also haben wir hier auch eine 3 dann machen noch den rechenauftrag geteilt durch 4 also x ist gleich 3 viertel so können wir hier eintragen 3 4 also ausgenommen werden das soll hier gelingt mir immer nicht diese 4 warum auch immer also ich schreibe hier auf so einem schreibpad und irgendwie zieht er die firma das ist ja ein 3 viertel nicht irgendwie nichts anderes ich kann das hier nochmal etwas schöner machen jetzt sieht man wieder dass es hier ist ist klar gut dann mache ich mal weiter jetzt haben wir hier die den ersten wert gefunden aber auch bei dem anderen bruch gibt es eine zahl die man wenn man hier einsetzt kann man einschreiben 2x minus 45 ist gleich 0 da hätte meisten rechenauftrag plus 45 hätte man 2x ist gleich 45 und das noch geteilt durch 2 da hätte man x ist gleich 22 halbe also 22 halbe ist auch ein wert immer nicht für x verwenden darf der muss auch ausgenommen werden so gut jetzt haben wir hier kein platz mehr müssen wir hier im wasser ein bisschen weiter schreiben denn wir müssen ja noch sagen was ist denn unser hauptnenner und der hauptnenner nieder hier der hauptnenner in diesem fall ist jetzt die verkettung der einzelnen nenner einmal diesen hier also 4x minus 3 hoch 2 und das ganze verkettet mit einem malzeichen und 2x minus 45 so das ist der hauptnenner wenn du dich fragst was du jetzt mit dem hauptnenner und der definitionsmenge anstellen soll es bleibt jetzt einfach mal dran und klick einfach auf nächstes video da zeige ich dir noch mal die komplette rechnung für bruchgleichung hier geht es jetzt wieder um bruchgleichung wir haben zwei aufgaben und ich rechne dir die mal beide vor wir orientieren uns dabei an dieser setliste hier und zwar diesen ja sechs punkten die man mehr oder weniger stur verfolgen sollte damit man hier zur richtigen lösung kommt also wir haben den ersten punkt das wäre die definitionsmenge erst einmal zu bestimmen